Wir eskalieren jetzt! Jetzt, jetzt, jetzt! Weißt du, ein Sohn? Hatten wir schon mal! Geht los, Adrien! Ey, ich krieg doch drauf! Der David Vlogs machen, er kennt uns wieder! Woohoo! Stimmung! Stimmung! Kommt, schreit zurück! Die Mädels, wo sind die Mädels? Ja! Stimmung! Noch mal! Ja! 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 Aber ihr seid doch viel zu leise! Noch mal! Ihr seid zu leise! Nein! Hey! Hoi, hoi, hoi! Hoi, hoi, hoi! Hoi, hoi, hoi! Hurra! Hurra! Jura! Zoffe! Zoffe! Ja! Ja! So, dann schauen wir jetzt alle mal unseren rechten Nachbarn an. Die rechten. Und fragen, geht's dir doch gut? Geht's dir doch gut? Dann schauen wir alle den Linken an, und dann wissen wir die Schuhe raus. Ich versteh nichts mehr. Hoi! Juhu! Ja! Bitte, einmal bitte, bitte, so laut die Kante schreit! Juhu! Ja! Loppe! Ziegelzackle, Ziegelzackle! Hoi, hoi, hoi! Hoi, hoi, hoi! Los hier! Juhu! 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 Einer geht noch! Einer geht noch rein! Die sehen irgendwie alle fertig aus. Richtige Landemusik. Das ist ein neuer Teil für die Zaubergezimmer. Hier kommt unser Wort, der Jesus. Wir sehen uns beim nächsten Mal.